Ah, bonjour, Eleonore. Bonjour, Monsieur Bennett. Schön, dass Sie wieder da sind. Und dieses Jahr sind Sie in Begleitung angereist? Nein, das hat sich kurzfristig geändert. Ich bin allein. Oh, bin ich darüber traurig oder nicht? Na, zumindest sind Sie nicht überrascht. Und Sie sagten, Sie bleiben bis Weihnachten? Ja, genau. Gut. Oh, ich habe für Sie genau die richtige Frau für den Aushalt gefunden. Darf ich vorstellen? Aurelia. Ah. Bonjour, Aurelia. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir ici. Sie spricht leider kaum ein Wort französisch, genau wie sie auch. Sie ist Portugaisin. Ah, verstehe. Buongiorno. Eusebio, nicht wahr? Molto bueno. Ich glaube, sie ist zehn Jahre zu jung, um zu wissen, dass es gab einen Fußballer namens Eusebio. Und Molto bueno ist Spanisch. Richtig, ja. Tja, es freut mich sehr. Kommen Sie doch bitte rein. Vielleicht können Sie nach Hause fahren, wenn sie fertig ist. Oh, ja, ja. Mit Vergnügen. Con grande, äh, ple, plezoso. Was war das? Türkisch? Bello. Äh, Bela. Äh, Mont Montagno. Alberry. Ach, was soll's. Silence is golden. Wie die Tremlos so schön singen. Clevere Burschen übrigens. Die Originalversion war aber, glaube ich, von Frankie Valli and the Four Seasons. Fabel-Afte-Band. Mach halt auf die Klappe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020